Hallo, was geht ab meine Freunde? Patrick hier und herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 14 Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie der Hackenschuss in FIFA 14 funktioniert. Des Weiteren sind in diesem Tutorial andere Trickshots enthalten, beispielsweise der No-Look-Schuss oder der Hacke-zu-Hacke-Schuss. Grundsätzlich sieht das Ganze so aus und alles was ihr braucht, ist ein Spieler, der dazu fähig ist. Alle Spieler mit der Flair-Eigenschaft können diese Trickshots ausführen, aber auch Spieler, die diese Eigenschaft nicht haben, schaffen es in manchen Situationen durch Zufall. Darüber hinaus ist das Ganze auch situationsbedingt, nicht jeder Versuch wird mit einem Hackenschuss enden. Hier seht ihr, was ihr machen müsst. Es ist prinzipiell ganz einfach. Kurz bevor ihr schießt, müsst ihr L2 auf der Playstation und LT auf der Xbox halten. Die Schusstaste muss dann nur noch angetippt werden. Die beste Situation für einen Trickshot ist, wenn ihr einen Flachpass oder eine flache Flanke bekommt. Dann kommt es auf die Situation und auf den Spieler an, welchen Trickshot er ausführt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch, wie ich in diesen Beispielen, hier die Trainingsarena nutzen, um das Ganze etwas zu üben. Zuletzt möchte ich euch noch zeigen, dass man auch einen Trickshot ohne vorherigen Pass ausführen kann. Das geht am besten mit trickreichen Spielern mit der Flair-Eigenschaft. Einfach die schon bekannte Ausführung anwenden. Alles klar, Freunde. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.